Willkommen zurück es ist unfassbar ist immer wieder in der Aufnahme immer wieder wird bei mir geklingelt ich sollte doch der nächste Klingel einfach abstellen ich sollte einfach die Klingel der nächste mal abstellen einfach einfach die Klingel abstellen und fertig es ist immer wieder eine last damit ich hätte nicht gedacht dass es so ist und jetzt bleibt er da oben stehen oder okay kann ich den takedown ne was sollte ich gesagt haben naja das ist irgendwie immer merkwürdig immer wenn ich Far Cry aufnehme sonst nie in irgendeinem Let's Play oder so hat bei mir jemand geklingelt und angerufen gut Telefone sind eh aus hier bei mir aber immer wieder bei Far Cry ist immer wieder das Telefon was klingelt oder oder es klingelt bei mir an der Tür es ist unfassbar man mag es gar nicht glauben man mag es echt gar nicht glauben naja ähm was wollte ich gesagt haben wir müssen ihn takedown aber er steht jetzt noch da komischerweise kann ich ihn ablenken nein weißt die ganze zeit schmeiße ich einen Stein und jetzt stufelt die ganze Zeit die Eule ich hoffe ich kann ihn ich hoffe ich kann den takedown steht ja natürlich dummerweise direkt da am Feuer ne sehr schön wunderbar dann können wir das Leuchtfeuer einmal entzünden sauber ich muss immer noch so lachen wie in dem klingeln das ist ich verstehe es nicht warum ist es immer bei Far Cry so man ich sollte echt die klingeln auch mal abschalten oh man ähm muss mal eben äh so 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 was wollte ich jetzt wir wollten warte mal lass mal kurz überlegen einmal auf die Karte schauen ach genau das andere Leuchtfeuer wollten wir noch machen ne das hier drüben da können wir nämlich auch mal einen Wegpunkt hin machen und schnell reise machen wir das noch so dann schauen wir mal ähm was wollte ich gesagt haben halt immer das mit dem mit dem türklingeln immer das mit dem türklingeln ist irgendwie ich weiß nicht es ist es ist immer bei Far Cry es ist irgendwie irgendwie weiß nicht irgendwie möchten die Leute nicht dass ich das aufnehmen ich hab keine Ahnung es ist ach ja oh Gott wir müssen da hinten hin wo bin ich denn hier Hilfe ah hier komm ich runter mal eben einen Sperr machen weil wir haben ja grad einen verbraucht einen verbraten hui hui kann ich lösen kann nicht okay hua aua au 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 da eben nochmal so einen Snack essen so mal gucken was bei dem Leuchtfeuer auf uns so wartet Ob wir da auch wieder Gesellschaft kriegen? Wahrscheinlich. Ich denke mal, dass wir das eigentlich relativ souverän lösen werden. So. Ich habe auch noch rechtzeitig die Aufnahme beendet gehabt. Gut, ich hätte auch laufen lassen können. Mein Gott, dann wäre das halt so gewesen. Ach ja, es ist unfassbar. Wie viele Folgen habe ich jetzt schon, wo es Tür-Klingel oder Telefon-Klingel drauf sind? Sind es drei mittlerweile? Sind es mittlerweile drei? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sind es schon relativ viele. Es tut mir leid. Vielleicht sollte ich mich hier ganz abschotten. Einfach Fenster verkleben, Türen verbarrikadieren, alles ausschalten und dann geht es los. Ich muss das nächste Mal einfach alles abschalten. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Ich komme da nicht drüber weg. So, warum jetzt sind da so dunkel? Fängt das jetzt... Achso, apropos, weil ich gerade hier sehe dunkel. Ähm, was mir so ein bisschen in dem Spiel fehlt, was ich schon lange mal angesprochen haben wollte. Es gibt kein Wettersystem. Es ist immer nur Tag, Nacht und fertig. Es gibt aber kein Regen, obwohl wir in dieser Traumwelt, wo wir gewesen sind, wo wir mit der Eule da geflogen sind, da gab es Regen, aber bisher hat es nicht einmal geregnet und ich kann mich... Äh, hallo? Und ich kann mich doch entsinnen, dass es doch wahrscheinlich schon in der Steinzeit auch Regen gab, oder? Oder hat Petrus gesagt, Nö, nö, die haben nur schön Wetter. Also ich kann mich da nicht entsinnen, also ich glaube, dass die auch wahrscheinlich schon Regen hatten und Gewitter und sowas alles. Und, äh, Wirbelstürme und Steinschlag und, ja gut, vielleicht das letzte nicht. Aber, das dürfte doch auch passiert sein, oder? Da bin ich da... Bin ich da... Da verlange ich da vielleicht zu viel von dem Spiel? Ich weiß es nicht. Verlange ich da zu viel von dem Spiel? Es ist immer... Es reimt sich. Ich seh... Habt ihr das manchmal... Was ist das denn? Habt ihr das manchmal auch, wenn ihr dann irgendwas sagt? Dass sich dann immer so zwei Worte hintereinander relativ schnell reimen? Und man so denkt so, okay. Wie komm ich denn? Tötere alle Gegner und entzündungsläufe... Ja, ich muss erstmal hier raufkommen. Gehe ich überhaupt richtig hier? Ich gehe vollkommen falsch, wahrscheinlich. Ich werde hier niemals raufkommen. Niemals nicht. Das ist wahrscheinlich der falsche Weg und ich werde gleich sterben. So wie das nämlich hier aussieht. Da muss ich wahrscheinlich hochklettern. Ja. Na super. Wo ist denn hier? Das hat aber echt cool gemacht. So, wo ist denn... Ah, hier, guck mal an. So, erledige alle Gegner und... Um das Wäuchter zu entzünden. Ich bin gespannt, wie viele oben auf uns warten werden. Ich lasse mich da überraschen. Ist das gut, hier lang zu gehen? Ja, war eine gute Idee. War eine gute Idee. Vor allem, da ich nicht weiß, was für Gegner hier auf uns waren, weil ich die Eule nicht eingesetzt habe. Ah, guck mal an. Komm mir, Lichtfleisch. Hallo. Hm. Ah. Der kann Hilfe rufen. Guck mal an. Oh, oh. Oh, oh. Der darf uns... Nein, 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 nein. Geh in den Busch. Geh... Nein, geh in den Busch. Nein. Wah. Der darf uns nicht sehen. Bleib mal locker. Was ist denn da jetzt? Hier ist auch noch einer irgendwo. Okay. Ich geh mal außen rum. Mal gucken, wer das ist. Das ein schwerer Gegner ist, oder... Mist, das ist so total unübersichtlich hier, dieses Leuchtfeuer. Wo ist der denn? Ach, da. Ah, das ist wieder eher da oben. Okay, also es ist nur der hier. Der ist schon mal weg. Ja, den könnte ich jetzt... Ah, Mist. Jetzt hat er sich wieder umgedreht. Verdammt. Ich muss irgendwie an den drankommen, ohne dass er mich sieht. Ich hoffe, wir sind nicht noch mehr Gegner. Na, der sieht mich jetzt gleich. Ich sieh's schon kommen. Und dann ruft er Hilfe und dann ist es vorbei. Ja, bis jetzt kommen wir gut durch. Ja, schön umdrehen. Sehr schön. Jetzt war das auch irgendwie ziemlich von vorne getroffen. Und trotzdem ist er gestorben. Naja. Na gut. Entzünden wir das Leuchtfeuer. Sehr schön. Steingalu Leuchtfeuer. 11 von 16 beansprucht. Oh, da haben wir noch ein paar. Da haben wir noch 5 Stück vor uns. Sehr schön. So. Leuchtfeuer haben wir. Und wir schauen mal auf die Karte. Ich muss mal gucken. So, okay. Wir können natürlich ja auch anfangen zu zähmen und so, ne? Blutfang, Säbelzahnjagd. Oder wir gehen jetzt hier hin zum nächsten Leuchtfeuer. Und wandern dann so langsam in Richtung Missionen. Ich werde aber, glaube ich, dann hier hin reisen. Mit der schnellen Reise. Oh, Mann. Langsam werde ich aber, glaube ich, auch eine Aufnahmepause machen. Wir sind schon fast anderthalb Stunden wieder dabei. Und dann werde ich die Sachen ja, ähm, nein, wollte ich gar nicht dran. Ähm, dann werde ich die Sachen ja schon wieder bearbeiten und uploaden. Aber erstmal müssen die ja gerendert werden und so, die Videos. So, wie komme ich hier raus? Da oben wahrscheinlich. Und dann werde ich so langsam mich an Doom begeben. Es ist ja immer noch eingepackt hier. Ich weiß nicht, kann man es hören? Hier. Ja, es ist noch, es ist noch eingepackt. Es riecht noch, warte. Es riecht noch neu. Es riecht noch neu. Es ist noch eingepackt, verschweißt. Ich, äh, ja. Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt hier rauskommt. Wahrscheinlich bis dahin ist es schon in der Let's Play Live Show gelaufen. Oder zumindest läuft das Let's Play dann schon auf YouTube. Kann natürlich sein. Ich höre irgendeinen Kampf. Es ist hier arschkalt und ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Wir müssen auch die Klamotten craften, damit wir die Kälte ein bisschen besser überstehen. Oh, hallo mein Freund. So, da war eine Nebenmission. Ich beeile mich mal da dazu. Äh, hallo Jungs. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Oh, wie geil das ist. Mal ganz ehrlich. Allein wegen der Tierwelt und so lohnt es sich schon auf jeden Fall bei dem Spiel einen Blick zu riskieren. So. Hüah. Was war das denn gerade? Dieses komische Geräusch. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch gehört. Das war merkwürdig. Das nimmt mich mit. Ich glaube, ich bin immer noch geschädigt von... Ich glaube, ich bin immer noch so geschädigt von den ganzen Horrorspielen. Ich sollte, glaube ich, das mal sein lassen. Ich bin da ein wenig mitgenommen. Das ist wieder ein seltener Jagd, ne? Und wir müssen auch demnächst mal wieder auf die Jagd gehen. Definitiv müssen wir auf die Jagd mal gehen. Dann langsam kommen wir unseren Zielschirr mehr... Was? Hüah! Lass das, lass das. Warum wird sie so rot? Warum wird sie gerade so... Uha. So rot. Der wird uns jetzt sowieso an... Ja, ich... Das war so... Ah, das war so klar. Hüah! Ich will hier nicht runterfallen. Wieso ist sie denn hier so rot? Nein, abbrechen. Ich sollte hier mal verschwinden, ganz schnell. Nein, die haben mich gesehen. Das gibt's doch nicht. Nur wegen diesen dämlichen Leopardenvieh. Kackvieh. Katzen-Dingen da. Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Ich fass es einfach nicht. Da sind die wenigstens schon mal down. Na! So. Egal. Ich mach jetzt voll Attacke. Attacke! Alter, was? Yeah! Voll aus dem Bild gehauen. So. Jetzt hätte ich gerne meine Spiere wieder, ihr Affenköppe. So. Ich glaub's ja wohl. Ihr habt doch wohl alle gelitten, habt ihr. So, hab ich jetzt meine Spiere wieder? Ja, drei Stück. Einer ist irgendwie verschollen, glaub ich. Muss ich halt einen herstellen. Nur wegen euch! Nur wegen euch! Verdammt! So. Lila Blatt. Komm, wir nehmen Lila Blatt mal mit. So, kann ich mich hier am Feuer aufwärmen? Ja, ich wärme mich hier ein wenig auf. Man sieht, die blaue Anzeige füllt sich etwas. Zack. Zack. Ja, so ein bisschen. Das reicht. Da ist... Wir verbrauchen ja nicht so viel. Äh. Schön kannst du das. Bleib du mal schön da drin. Ja, ja. Ja, ja. Tiddy. Bleib du mal schön da drin. Damit haben wir's. Jawohl! Tum, 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 tum. Zwölf von 16 beansprucht. 900 XP bekommen wir. Sehr schön. Finde ich suppi. So. Naja, der Ausblick ist jetzt nicht so pralle. Ähm. Trotzdem möchte ich aber... Zur Sicherheit möchte ich aber, glaube ich, ähm... Zurück zum Dorf reisen. Da so gemütlich das so ein bisschen... Ja, die Aufnahme-Session mal wieder ausklingen lassen. Ähm. Ja, wie gesagt. Ich werde jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt insgesamt werden. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folgen mache. Und, ähm... Ja. Sind wieder im Dörfchen. Und werde das Spiel jetzt speichern. Das Spiel speichert ja schon. Und, ähm... Ja. Ja, ich möchte mich erstmal herzlich wieder bedanken fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer weiteren neuen Aufnahme-Session wieder. Und, ähm... Ja. Wir gehen dann weiter in Far Cry. Und werden dann, denke ich mal, auch mal wieder Mission machen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut. Ciao. Ciao.